schön hier ja super fett der blick auf die skyline das skyline plaza auf den park schau mal der bunte luftballon da drüben das ist so schön und die verkaufen hier übrigens auch total leckeren frozen joghurt direkt um die ecke auf der franken allee ach du meinst in dem netten laden neben dem vintage fahrradshop mit diesen geilen fixies also so ein fixi es wäre schon cool ist aber auch ganz schön gefährlich nee also dann lieber so ein singles beat auf der mainzer gibt es einen total netten alteingesessenen fahrradladen ich glaube der ist von 1800 oder so fast so alt wie das eschenheimer tor das da bei der bar ohne rahmen die haben auch total coole bärenhelme da das parkrestaurant ist auch nicht schlecht die haben bio limo mit mini golfplatz ist eine turnieranlage habe ich im internet gelesen champions mini golf league oder sowas ja gönn dir fundamentally bescheidend ich du 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 Untertitelung des ZDF, 2020